So, der Matthias, die dicke Tante kommt, Melanie ist ziemlich schnell, und die dicke Tante, oh, sie kriegt jetzt Schuss im letzten Schuss, plupp, und die Haare sind noch kacken, die dicke Tante kommt, und jetzt könnt ihr mal schön schauen, wie sie rauskommt. So, Matthias, wie war's? Ganz schnell. Die ist ganz fertig vom Treppesteichel, die dicke Tante. Ja, habt ihr recht.